Ihr schaut NLTV mit dem Sony Ericsson Xperia Arc Smartphone Unboxing. Mein Name ist Baraj Graal und wir werden auch ein paar Vergleichstests durchführen. Und wenn die Sonne hier schon so schön scheint, schauen wir uns gleich auch mal das Display an. Zur Verpackung zuerst einmal, wie ihr sehen könnt, wir haben wieder mal Sony Ericsson typisch die Bravia Engine hier bei diesem Android Gerät mit eingebaut. Wir haben Standard Kopfhöreranschluss, 4,2 Zoll Display und wir können alle möglichen Formate abspielen. Wir haben eine HD Kamera mit eingebaut und hier ist das Gerät auch schon selber. Das schauen wir uns doch gleich genauer an. Aber zuerst schauen wir uns an, was wir noch in der Box kriegen. Ein ungefähr 1 Meter langes Micro-USB-Kabel haben wir noch dabei. Dann einen schönen Kopfhörer mit Mikrofon noch eingebaut in ihr Kopfhörer. Nehme ich an, soweit ich es gerade richtig gesehen habe. Ich müsste jetzt nur noch hier schnell in die Verpackung reinkommen. Vergoldetes Ende, scheint es auch zu sein. Und wir haben noch verschiedene Kopfhörergrößen, beziehungsweise noch eine andere Größe hier mit dabei. Und wie ihr sehen könnt, ein schönes schickes Ende. Beziehungsweise ein Mikrofon mit Knopf zum annehmen und auflegen nehme ich mal an und wie schon erwähnt vergoldetes Ende. USB-Ladegerät mit Ausgabe von 700mA. Also sollte recht schnell geladen sein. Der Akku nehme ich an, dann vom Smartphone und noch ein paar Handbücher, wie man das Gerät benutzt. Falls es das erste Android-Handy ist, das man verwendet, dann haben wir natürlich das Gerät selber. Wir haben die silberne Version. Schaut sehr schick aus, wie ihr erkennen könnt. Plastik-Oberfläche zwar, aber man sieht die Fingerabdrücke fast gar nicht. Wir haben hier unten einen Lautsprecher eingebaut. Eine HD-Kamera mit Blitz. Wir haben hier einen Mikro-USB-Anschluss, müsste das sein. Schaut ein bisschen interessant aus. Lautstärke-Regler, recht dünn geraten. Einen dedizierten Kameraknopf. An der Seite natürlich das Mikrofon. Hier ist eine Schlaufe, damit man es sich um den Hals hängen kann. Und Kopfhöreranschluss ist seitlich bei diesem Smartphone. An der Front, wir haben Hardwareknöpfe für Android. Hier oben ist keine Kamera drin, sondern ich nehme an einen Lichtsensor. Und das Display geht wirklich von Rand zu Rand, wirklich sehr schick. Wir haben aber trotzdem hier eine kleine Kuhle, wo sich wahrscheinlich nach einer Zeit Staub ansammeln könnte. Nehmen wir die Rückseite ab und schauen, was das Ganze geht von innen an. Der Akku ist hier schon drin bei diesem Testgerät. Wir haben hier einen 1500mAh-Akku drin, der 5,6Wh hat. Und eine MicroSD-Karte schon mit dabei. 8 GB auch hier gleich drin. Und die SIM-Karte, seht ihr auch, müsste gleich hier hin kommen. Und hier ist sogar noch ein zweites Mikrofon dabei, steht hier. Interessant. Wahrscheinlich viel Conference Calls, deswegen auch hier das kleine Loch, falls man es einfach auf den Tisch legt und dann mehrere Leute mitreden sollen. Rückseite, wie schon erwähnt, ist Plastik, aber schön stabil auf der Rückseite drauf. Und es liegt auch wirklich sehr gut in der Hand, dadurch, dass hier so eine kleine Kuhle drin ist. Und es fühlt sich auch fast so dünn an, wie das Samsung Galaxy S2. Beziehungsweise an der dünnsten Stelle könnte es sogar dünner sein, wenn wir uns das genau anschauen. Und ja, von der Größe her nicht allzu großer Unterschied. Das Display ist natürlich etwas kleiner, wie schon erwähnt. Bei dem Sony Apson mit 4,2 Zoll statt 4,3 Zoll. Machen wir es auch an. Die Oberseite habe ich euch gar nicht gezeigt, denn hier ist noch ein Mikro-HDMI-Ausgang mit dabei. Also ihr könnt es auch gleich direkt an euren Fernseher anschließen. Mit einem Standard, in Anführungszeichen Standard-Kabel. Mikro-HDMI-Kabel sind auch schwer zu kaufen. Es fährt gerade hoch und wenn wir schon dabei sind, hier ist noch das Sony Apson Neo vom Größenvergleich her. Natürlich etwas kleiner, das ist mehr für Multimedia-Usage ausgelegt nämlich an. Also für Video-Shooting und ist auch etwas rund da hinten. Und dann haben wir hier noch ein günstiges LG Windows 7 Phone mit einem 4,0 Zoll Display. Könnt ihr auch sehen, es ist etwas anders von der Größe her. So, wir sind in Deutschland. Machen weiter. Und hier könnt ihr schon erkennen, wir haben keine SIM-Karte drin. Ich weiß. Zustimmen und das Display. Die Sonne scheint gerade direkt drauf. Wir haben schon ein paar Fingerabdrücke drauf. Ich kann das Display trotzdem wunderbar jetzt schon ablesen. Und ja, das war es von dem ersten Unboxing des Sony Apson Xperia Arc. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch Karl und vielen Dank fürs Zuschauen.